Es war einmal wieder Weihnachtszeit und der Weihnachtsmann hatte ein Problem. Er hing plötzlich mitten im Weihnachtslied fest. Er hatte gesungen, ihr Kinderlein, kommet, oh kommet doch. Wie ging es weiter? Plötzlich hatte er eine Blockade. Er hing wie in einer Schleife fest und so oft er es auch probierte, er konnte sich nicht mehr daran erinnern, wie sein liebstes Weihnachtslied weiterging. Das war natürlich besonders schlimm, weil der Weihnachtsmann hat natürlich auch alle Wünsche der Kinder in seinen Gedanken gespeichert. Jetzt konnten die Geschenke nicht ausgeliefert werden. Doch in der Weihnachtsfabrik, da hatte man versucht, ihm zu helfen. Nämlich, man spielt, er sieht laut vor, ihr Kinderlein, kommet, oh kommet doch. Nichts. Man spielt es leise und lieblich, ihr Kinderlein, kommet, oh kommet doch. Immer noch nichts. Man versuchte es mit etwas Akzent. Ihr Kinderlein, kommet, oh kommet doch. Wie ging es so weiter? Auf Französisch? Ihr Kinderlein, kommet, oh kommet doch. Wie war ihm nur zu helfen? Erstmal drüber schlafen, sagte sich da der Weihnachtsmann. Und das war so seine entspannte Art. In der Nacht träumte er tatsächlich von Kindern. Und er sah die Kinder auf ihn zulaufen und er rief ihnen im Traum zu. Ihr Kinderlein, kommet, oh kommet in den Stall. Hurra! Er wachte auf. Und sagte, das Problem ist gelöst. Ich weiß, wie der Text weitergeht. Ja, wir alle wissen natürlich, eigentlich sollte es anders weitergehen. Doch das ist der Grund, weshalb seit diesem Tag dieses Weihnachtslied immer falsch gesungen wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.